Dann kriegst du die Zeremonienkappe da dazu. Und noch einen zweiten Ring. Ja, kriegst ein Sonnenlicht. Du kriegst Ereons Wissen. Könnte ja auch den hier geben, aber Ereons Wissen klingt nicht schlecht. Gucken, habe ich noch was, wo Ereons Wissen draufsteht. Ne, Tiaras Kraft hätte ich. Ohne den Ball, bevor ich dir überhaupt was gebe, beschwöre ich dich mal, um zu gucken, ob du überhaupt einen gescheiten Heilzauber hast. Göttliche Heilung 14. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, doch, du kannst bleiben. Jetzt die Frage, habe ich noch etwas, wo Ereons Wissen draufsteht? Scheint jetzt gerade nicht der Fall zu sein. Kriegst du halt die da. Ich hätte das Zeug für Tiaras Kraft vielleicht. Wenn ich richtig gesehen habe, habe ich hier auch die Anhelm, Tiaras Kraft. Und hier war eine Robe, wo Tiaras Kraft drauf stand. Wobei, Aura bringt dir nix, wenn du keine Aura hast. Was kannst du denn noch alles? Nichts Besonderes. Also kriegst du die da. Kriegst du doch das Ding wieder. Ringmäßig kann ich dir, glaube ich... ...doch den hier geben. So, schildmäßig kann ich dir Götterbann geben. Der ist okay. Und ein Mondkristall. Wow. Okay. Gut. Das heißt, meine Helden sind ausgerüstet. Super, die Haube der Windpriester ist genauso toll. Sieht sie aus nachher wie das Ding, was ich eh schon trage. So, das heißt, ab zur Wachfeste jetzt. Und wenn wir die Wachfeste gemacht haben, können wir uns mal wieder neben Quests widmen. Das ist also die Grenze. Hier endet die Macht der Götter. Das sind andere Truppen als Inkatei. Diese Eisernen habe ich noch nie gesehen. Rohn hatte Recht. Diese Armee würde das Reich zermalmen. Ich brauche eine starke Verteidigung. Und zwar schnell. Aber wie komme ich an das Monument? Freund! Öffnet uns das Tor! Wir werden euch helfen! Rasch! Ja, es geht mal wieder gegen die Eisernen. Hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Weil die Eisernen besitzen hier Monumente der Elfen und... Oh! Windtempel und Halle der Tapferen und zwei Runen. Gut. Wie habe ich es bei den Menschen gemacht? Habe ich, glaube ich, das... Ja, ganz hinten hin. Bei den Träumen, glaube ich, auch. Ja. Gut. Elfen. Verteidigt euch! Vorsicht! So, was sagt das Questlog? Jenseits der Macht der Götter. Ihr habt die Wachfeste erreicht und damit den Weg in den Schwarzen Dschungel erschlossen. Allerdings ist auch die Hauptstreitmacht des Maskierten auf dem Weg zu euch. Ihr werdet die Wachfeste gegen sie halten müssen. Öffnet Jenkai und seinen Jägern das Tor im Norden. Die Jägern der Kartei werden euch bei der Eroberung der Wachfeste unterstützen, wenn ihr ihnen den Zugang zur Feste öffnet. Mit ihrer Hilfe sollte es leichter sein, das Monument zu erreichen. Verteidigt eure Lage gegen die Angriffe der Streitkräfte des Maskierten. Die Hauptstreitmacht des Maskierten rückt gegen euch vor. Versucht sie abzuwehren und euch bis zu den anderen Monumenten vorzukämpfen. Mhm. Ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich hier oben lang. Hier unten sind so viele Untote. Vor allem stärkere Untote. Das hier ist schon mal praktisch. Kämpft! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Und ja, zum Thema diese Eisernen habe ich noch nie gesehen. Stimmt ja eigentlich auch nicht ganz. Wobei das ziemlich böse Eisene sind. Vorsicht! Er meint halt wahrscheinlich wirklich, dass er noch nie Eisene dieser Art gesehen hat. Weil eigentlich beide... Unsere... Ruhenkrieger, Haupthelden... Ähm... Haben schon Eisene gesehen. Zeit zu sterben! Wir haben ja den Sehenschmied getötet. Der Hohen gedient hat. Zurück mit euch! So, holen wir uns Truppen. Also erst mal Heroes. Zurück mit euch! Schickt sie zum Seelenfluss! Schlagt sie zurück! Jetzt sollte ich eigentlich eine recht kampfstarke Heldentruppe haben. Zu euren Diensten! Ah, du kannst den Schlachthof. Das ist sehr gut. Du kannst die Schockwelle. Heilung. Muss ich halt wieder aktiver heilen. Naja, du kannst eine bessere Heilung als... Auf mein Kommando! Vorwärts! ...unser Hauptcharakter. Ja, bringen wir es zu Ende! Auf meinem Befehl vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Verstaff die Deckung! Für die Rune! So, der Bansch da... ...fließt die Reihen! ...sollte weg. Sie sind überall! Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Für die Rune! Für die Rune! So. Sicherheitshalber speichern wir hier nochmal. Auf meinem Befehl! Sofort! folgt sie zurück! Bringen wir es zu Ende! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Auf dem Weg! Ich kann auch einfach mal was versteinern, das hilft ein bisschen. Schlagt sie zurück! Auf meinem Befehl! Vorwärts! Schnell! Zum Angreif! Oh ja, hier ist schön was los. Hier sofort! In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Oh, die Schockwelle macht guten Schaden. Zu euren Dichten! Schlagt sie zurück! Stehe bereit! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Ach, das sind nur Klingenverteidiger teilweise. Die Scharspeerträger, die sind ein bisschen das größere Problem. So, den Schlüssel zur Wachfeste, den wir abgeben. So, den Schlüssel zur Wachfeste, den wir abgeben. Die Rune wird sofort ausgeführt! Aber auch hier... Hier! Mir nach! Für die Rune! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! So, den Praetorianer mal versteinern. Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Halte durch, Männer!